Okay, wir machen weiter mit unserem Thema. Wir sprechen als nächstes über Asanas oder Körperpositionen. Hat jemand vielleicht von euch eine Idee, warum wir sie machen oder warum sie da sind? Weil ich mag das immer gerne interaktiv aufbauen. Für Konzentration. Gut, noch Ideen? Warum die Asanas da sind oder warum wir die Asanas machen? Wir kommen schon, genau, wir kommen auf die Sachen noch drauf an. Um den Körper für die Meditationsposition, also für langes Meditieren vorzubereiten. Für langes Meditieren vorzubereiten, genau. Um die Energie im Körper zu verteilen. Da wollte ich auch darauf hinaus, um die Energie im Körper zu verteilen, damit die Energie steigt. Also, genau, um die Energie im Körper zu verteilen. Ihr müsst die Asanas eben so sehen, das sind wie bestimmte Schlüssel, beziehungsweise unseren Körper so sehen, wie so eine Schalt. Wie heißt das in der Elektrik? So eine Schaltzeichnung. Okay, und überall sind Energiekanäle und die Energie fließt hier durch den Körper. Und je nachdem, wie wir den Körper positionieren, schalten wir bestimmte oder drücken, besser gesagt, so ein besserer Ausdruck, drücken wir bestimmte Kanäle ab und öffnen bestimmte andere Kanäle. Und so fließt die Energie dann durch die Körperübungen oder durch die Körperhaltungen in eine bestimmte Richtung. Natürlich muss man das sehr, sehr, wie soll ich sagen, feinfühlig sein, um tatsächlich das im Körper spüren zu können, wohin die Energie jetzt wirklich fließt. Aber um das im Groben verstehen zu können, ist es so, im Sinne, es gibt entspannte Bereiche oder Stellen im Körper und es gibt angespannte Bereiche oder Stellen im Körper, für jede einzelne Position. Und so ist es, wenn wir bestimmte Muskelgruppen anspannen, irgendwo, drücken wir von dort die Energie aus, beziehungsweise hört dort die Energie auf zu fließen. Und andere Bereiche, wo der Körper entspannt ist und locker ist, dort fließt die Energie hinein, sozusagen. Das heißt, wenn ich die rechte Seite meines Körpers anspanne, überall Arm und nach unten, drücke ich die Energie von dort raus, so wie die Saftpresse, sozusagen. So ähnliches Prinzip. Und die linke Seite ist locker und dort leite ich mehr Energie hinein. Okay, ist das so verständlich? Und dann habt ihr diese Position, zum Beispiel, um das noch deutlicher zu erklären, im Thranurasana, genau, im Bogen. Ihr liegt so hier auf dem Bauch, die Arme sind nach hinten, ihr greift die Beine. Okay, der Körper ist so ähnlich wie eine Schüssel. Das heißt, dass in dieser Position die Rückenmuskeln angespannt werden und sich zusammenziehen, Rückenmuskeln, hier auch im unteren Bereich, und die Energie fließt im Körper hier nach vorne, in den vorderen Bereich. Und von den Thranurasana wissen wir, dass speziell die, die Energie im Bauch ansammeln lässt. Und diese Energie wird dann als Verdauungsfeuer genutzt, für eine effektive, gute Verdauung. Okay? Andersrum, wir haben hier auch die Kobra, wo wir liegen, den Armen nach vorne. Oder Kaputasana, ein Bein ist vorne angewinkelt, das eine, andere Bein ist hinten. Wir haben hier zwei Arme. Hier ist das das gleiche Prinzip. Also Schulterblätter hin zusammen, Brustkorb nach vorne raus. Und wir drücken auch die Energie im Körper mehr nach vorne heraus in den Brustkorb und stärken so den Brustkorbbereich. Speziell Herz und Lunge, die Organe, die dort sind. Okay? Bitte? Taube, genau. Hier Kaputasana. So ein Bein vorne angewinkelt, das eine Bein hinten gerade. Also das ist das eine Prinzip, warum die Asanas da sind, um hier bestimmte energetische Bahnen zu öffnen oder andere zu schließen. Das Prinzip von Anspannung und Entspannung. Okay? Und so hat man das von früher gesagt und die Yogis von früher, wenn irgendwie ein Organ unterversorgt ist mit Energie, setzen sich in eine bestimmte Position und füllen das Organ wieder auf. Und speichern dort mehr Energie, damit es im Organ besser geht, damit es besser funktioniert. Okay? Aber von der chinesischen Medizin wissen wir auch, dass es irgendwo Zonen gibt, wo Energieüberschuss ist. Da gibt es auch Entzündungen, das sind die heißen Stellen. Energiemangel, das sind die kalten Stellen. Und es meldet sich dann auf eine andere Weise. Und so könnte man, wenn man ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt, sehr feinfühlig ist, diese Zonen, wo zu viel Energie ist, dort die Energie wegleiten. Dort, wo man die Energie braucht. Also wo die Energiezonen, wo es ein Energiemangel. Zum anderen ist es so, wenn wir in der Padmasana sitzen, beziehungsweise in jeder Position, wo die Beine gekreuzt sind, drücken wir die Energie von unten ein bisschen raus, aus unserem unteren Bereich und drücken die Energie nach oben. Deshalb sitzt man für meditative Zwecke, speziell und für Atemübungen, wo man die Energie für Konzentration braucht, mehr im Kopfbereich braucht, sitzen wir speziell mit gekreuzten Beinen. Vor allem ist es in der Padmasana dann sehr effektiv zu sitzen, aus diesem Hintergrund, nicht weil sie so schön oder so schwierig ausschaut, sondern aus dem energetischen Hintergrund, weil in dieser Position die Energie besser hoch fließt. Und dann habe ich die Energie hier oben aus den unteren Zentren heraus. Auch eine sehr effektive Übung, wenn ihr zum Beispiel so Tendenzen oder Gewohnheiten habt oder Energie spürt, dass die auf unteren Chakren euch irgendwie nicht in Ruhe lässt und ihr braucht sie gerade für den Moment dort nicht, dann helfen Spagate auch sehr gut. Beim Spagat ist es auch so, dass wir unten diesen Bereich öffnen, nach außen ziehen und das drückt die Energie auch sehr effektiv und sehr gut nach oben. Und wenn ihr so Verlangen habt, vielleicht ein Kilo Eis zu essen, dann sitzt ihr eine Viertelstunde im Spagat und dann geht dieses Verlangen weg. Dann habt ihr vor allem andere Interessen für euch und könnt euch anders weiter beschäftigen sozusagen. Das hat auch den Hintergrund. Man muss halt, wie gesagt, mit den Monaten und Jahren wirklich das Gespür entwickeln, wo die Energie sitzt, welchen Gedanken diese Energie dann bringt, wo sie mich hinführt. Weil oft ist es so, dass der Mensch irgendwie wie an einem Strick oder wie man die Hunde zieht, so ein Halsband, diese Energie den Menschen wohin zieht und dann macht er irgendwelche Handlungen, für die er dann irgendwie nicht selber zufrieden ist, dass er das oder das gemacht hat. Das müssen jetzt keine speziellen oder sozusagen hochgegriffenen Sachen sein. Das fängt vielleicht schon beim Essen an, wenn man sagt, jetzt setze ich ein bisschen weniger, um meinen Körper zu reinigen oder eine gute Körperstruktur zu haben, um gesund zu sein. Und diese Energie zieht einen immer wieder zum Kühlschrank oder zieht einen irgendwie wieder zum Lieblingsjoghurt, da wo viel Zucker drin ist oder andere Sachen drin sind. Das meine ich auch mit dieser Energie, dass man sie durch bestimmte Positionen, diese Tendenz und dieses Verlangen einfach umsetzt und die Energie konvertiert, sozusagen verändert. Okay? Und speziell den Hintergrund im Yoga dann für die Praktiken, dass die Energie nach oben geführt wird und oben auch bleibt. Speziell auch die Bandhas, die wir heute gemacht haben beim Hatha-Yoga, wo wir unten die Energie verschlossen haben, oben die Energie verschlossen haben und dann durch die Bewegung, wenn das die Wirbelsäule ist, die Bauchdecke zurückziehen, dann drücken wir speziell auch hier, weil dann haben wir hier unten wieder diesen Prozess, dass wir unten zusammendrücken und zusammenziehen und oben ist locker, so ähnlich wie bei einer Zahnpastatube. Oder wenn man Luftballon unten zusammendrückt, geht das nach oben. Der Druck, so ähnlich ist hier, wenn wir den Bauch zurückziehen, drücken wir mehr Energie nach oben raus. Bei uns heute in der Früh, das war so eine kleine Einstiegsmethode zum Kennenlernen. Natürlich könnte man das sehr viele Anläufe machen, also wir haben drei Anläufe gemacht mit Luft anhalten. In diesem Maha-Banka, wenn man das 10 oder 20 Mal macht, dann wird der Effekt ein ganz, ganz anderer sein. Da muss man aber schon gucken, dass man nicht zu viel Energie, weil das ist ja ungewohnt, wie man seine Realität dann wahrnimmt. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn zu viel Energie oben ist. Bei mir war das mal so, wo ich bei der Yoga-Lehrer-Ausbildung war, beim zweiten Teil. Da haben wir zwei Wochen sehr effektiv praktiziert, zweimal am Tag auch. Und dann kommt dir die Realität vor wie ein Computerspiel. Da siehst du die Farben viel klarer und deutlicher und irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung der Natur auch. Als ob alles um dich herum leuchtet und als ob du so eine Kugel umeinander schwebst und nicht mit den Füßen gehst. Und dann waren wir danach in die Metro runtergegangen und dann spürst du, wie du so ein bisschen zusammensagst sogar. Weil in der Metro, in der Großstadt, in Moskau ist die Energie schrecklich, wie auch in anderen U-Bahnen vielleicht oder U-Bahn-Systemen. Und dann wird das Potenzial sehr schnell schwinden sozusagen aus diesem Hintergrund. Aber diese Sachen möchte ich, dass ihr das versteht, warum das da ist. Natürlich trainieren wir mit den Asanas auch unsere Muskulatur, dass wir sie dehnbarer machen. Dehnbarer bedeutet aber auch, dass die Energie besser fließen kann. Sobald ihr aus einer bestimmten falschen Körperhaltung oder aus einem anderen Grund irgendwo Verkrampfungen habt, Verhärtungen in der Muskulatur, dort fließt die Energie nicht. Also genauso wie wir das speziell anspannen, so ist eine Verspannung, die aus Stressgründen entsteht, auch ein Bereich, wo ein schlechter Energiefluss gewährleistet ist und dort entstehen dann Probleme. Die Energie fließt rundum und staut sich dort sozusagen. Und durch das Dehnen der Muskulatur, durch die Bewegung der Muskulatur lösen wir die Verspannungen, machen den Körper beweglicher, die Energie kann besser fließen. Das heißt, wir haben im Kopf auch ein viel besseres Befinden dadurch. Gut, dazu noch durch die Dehnübungen, wenn man jetzt das Gewebe betrachtet, die Muskeln sind ja durchzogen vom Nervengewebe und von Venen und Arterien. Und die Venen und Arterien, wenn man sie auf Zug und zusammenziehen, strapaziert, werden sie auch nach und nach stabiler und robuster sozusagen. Also das Kreislaufsystem stabilisiert und kräftigt sich auch dadurch, durch die Dehnübungen. Und zum anderen ist es so, es gibt die Faszien im Körper, das Bindegewebe auch. Und diese ganzen Strukturen, das wurde fast durch medizinische Tests festgestellt. Je stabiler, wie gesagt mal robuster das Bindegewebe und die Faszien sind, desto besseres Immunsystem hat der Körper einfach dadurch. Also das hat diese physischen Hintergründe auch, zum einen. Gut, das ist der eine Aspekt, über den ich heute erzählen wollte. Also das ist, ja genau, Frage. Wo die Spannung ist, ist es mehr, viel Energie? Nein, wenig, dort drückst du Energie raus. So ähnlich wie die Zahnpastatube. Unten drückst du raus und alles geht nach oben. Auch im Körper, unten drückst du alles zusammen, Energie geht nach oben. Dort, wo es locker ist. Wenn es oben auch angespannt und fest ist, kann die Energie dort auch schlecht hinfließen. Wenn du die Energie nach hinten drücken willst, dann gehst du vorne zusammen. Drückst du hier vorne, die Energie fließt mehr in den Rücken. Wenn du Schulterblätter zusammen machst, hier öffnest und hinten die Muskeln anspannst im Rücken, fließt die Energie mehr hier nach oben. Und wichtig ist hier nur am Rande ausgedrückt, hier ist der Thymus, eine bestimmte Drüse, die auch für das Immunsystem zuständig ist. Und über den Thymus sagt es, das ist auch unsere Verbindung zu der Tierwelt sozusagen. Weil es gibt verschiedene Körperregionen und Zonen, die mit verschiedenen Ebenen des Tier- oder Natursystems verbunden sind. Und so kann man sich über den Thymus besser auch an das Reich der Tiere anschließen. Weil das ist das nächste Thema, auf das ich hinauskommen wollte. Das Thema, dass ich erst nach vier Jahren oder dem ich erst nach vier Jahren meiner Yoga-Praxis begegnet bin. Weil Asanas haben wir ja auch gesprochen, man dient oder dienen auch zum Konzentrieren. Und man kann sich ja auf verschiedene Sachen oder Formen konzentrieren, auf verschiedene Energien konzentrieren. Und was ich jetzt beim ersten Teil nicht fertig gesprochen habe, dass nach drei, vier Jahren bei euch diese Arbeit dazukommt, dass ihr durch Meditationen euch oder lehrt, euch verschiedenen Energien anschließen. Je nachdem, welche Energie ihr gerade braucht sozusagen. Und wann mal aus eigenem Potenzial, aus eigener Kraft, vielleicht wenn man etwas Größeres oder größere Projekte vorhat, es nicht mehr schafft, aber das machen auch andere Leute, die kein Yoga praktizieren. Die bedienen sich Energien von anders. Also wenn ihr irgendeinen großen Manager oder Politiker oder die ganzen Machtstrukturen betrachtet, die arbeiten nicht mit ihrer eigenen Energie. Die beziehen die Energie auch woanders her, bloß auf eine vielleicht eher finstere oder dunkle Weise. Wir machen das ein bisschen anders, dass keine Leute oder Tiere oder sonst wer dadurch zu Schaden kommt, sondern wir konzentrieren uns auf eine bestimmte Energie. Zum Beispiel auf die Energie eines Tieres. Das kann auch möglich sein. Und auf die Energie eines Gottes und auf eine Energie der Natur sozusagen. Je nachdem, welche Energie ich aufbauen möchte. Weil es heißt, wo eure Aufmerksamkeit hinfließt, dort öffnet sich ein Kanal. Zum Beispiel, wenn er sich auf die Sonne konzentriert und auf die Sonne denkt, öffnet sich so ein Kanal, ein energetischer Kanal zur Sonne und der tauscht mit der Sonne Energie aus. Ein kleiner Mensch ist im Vergleich zur Sonne gar nichts. Das ist, ja keine Ahnung, ist kein Vergleich. Diese große Struktur und riesige Struktur, das ist wie ein Tropfen mit dem Ozean. Und auch wenn ich etwas schlechter beieinander bin, heute energetisch, in dem Moment schließe ich mich energetisch der Sonne an. Natürlich geht von mir auch mein schlechtes Befinden irgendwo daraus, aber das ist unmerklich und unscheinbar im größten Bezug zur Sonne. Und viel Energie bekomme ich auch dann durch und kann mich aufladen. Und so hat man also diese Theorie, die ich erst vor einem Jahr ungefähr mitbekommen habe oder erfahren habe, dass man sich, dass die Asanas, die von den Tieren abgeleitet sind, speziell dafür da sind, um sich der Energie dieses Tieres anzuschließen. Zum Beispiel Kaputassen, wovon wir gesprochen haben, Taube, wo der Brustkorb offen ist, wo der Bauch nach vorne ist. Wenn man die Vögel betrachtet, die haben eine sehr starke Lunge, ein sehr starkes Herz, sehr starken Oberkörper, weil sie damit fliegen. Und wenn man bestimmte Positionen, zum Beispiel Kaputassen, die Taube oder Kranich oder Krähe, wenn man diese Position einnimmt, das ist der eine körperliche Effekt, von dem wir gesprochen haben, für Muskeln, Sehnen und Gelenke. Der andere Meditative oder der Effekt, wo wir mit der Konzentration arbeiten, macht es Sinn, sich gleichzeitig auf irgendetwas zu konzentrieren. Man beginnt mit dem eigenen Körper, klar, weil der Körper eigentlich besser zu spüren ist und die Bewegungen im Körper besser zu spüren sind. Wer sich dann aber auf die Tierwelt, zum Beispiel auf die ganze Vogelwelt konzentrieren kann, das ist auch ein sehr riesiges, so ich sage, ein sehr riesiger Y, eine sehr riesige Energieeinheit auf unserem Planeten. Es ist kleiner wie die Sonne, aber vergleichbar zum Menschen ist der Mensch eigentlich auch gar nichts. Und wenn man die Position eines Vogels einnimmt, konzentriert man sich auf diesen fliegenden Vogel mit einem sehr starken, arbeitsfähigen Brustkorb, mit einer sehr starken Lunge, mit einem sehr starken Herzen. Und so durch diese Konzentration, wenn man sich dieser Energie anschließt, kann man sich seine Organe auch energetisch aufbauen oder verbessern, seinen eigenen inneren Zustand. Okay, das ist der eine Hintergrund. Aber nicht fliegen. Bitte? Aber nicht fliegen. Nicht fliegen, aber wie gesagt, wenn man sich krank fühlt und schwach fühlt, kann man das ruhig nutzen. Weil man ist ja sowieso ein Teil der Natur, man ist nur mit ihr nicht verbunden. Wären wir mit der Natur verbunden, wie das vielleicht früher gewesen ist, wären wir nicht krank, nehme ich mal an, oder ganz, ganz wenig krank oder ganz selten. Und weil wir uns davon losgelöst haben, weil wir irgendwo in der Großstadt leben und in Betonkisten, leidet unsere Gesundheit darunter. Sozusagen die Tierwelt hat dadurch nichts verloren, wenn wir uns so meditativ hier anschließen. Und der andere Hintergrund ist, dass wir uns von der Erde lösen, was ich jetzt gerade angesprochen habe, dass wir über bestimmte Tierpositionen uns der Erde anschließen. Zum Beispiel die Kobra, die Schlange, die wir hier haben. Schlangen sind einfach Tiere, die an der Erde sehr, sehr stark und sehr gut adaptiert sind. Die einen sehr starken Bezug und einen sehr starken Kontakt zur Erde haben. Also die Schlange, die lebt praktisch mit ihrem ganzen Körper, mit ihrem ganzen Körperunterseite auf dem Boden und kriegt auf dem Boden. Also sie hat einen sehr starken Kontakt zur Erde. Dadurch sind die Schlangen auch sehr überlebensfähig. Die Schlangen, andere Reptilien, Krokodile und die haben sich auf der Erde seit Millionen von Jahren etabliert. Und bei diesen Tieren ist es so, wenn ein Kind, ein Schlangenkind oder ein Krokodilkind auf die Erde kommt oder schlüpft, das ist von seinem ersten Lebenstag alleine überlebensfähig. Also die finden sich selber was zu fressen, die brauchen keine Eltern, die sich um sie kümmern. Theoretisch gesagt, die sind also bereit, ein eigenes individuelles Leben fortzuführen, weil sie einen so starken Bezug zur Erde haben. Bei den Menschen ist es so, wir haben einen ganz anderen Bezug zur Erde, der ist nicht so stark und ein Menschenskind sozusagen braucht zwei, drei Jahre oder vier Jahre seine Eltern. Ohne die Eltern würde es gar nicht auskommen, beziehungsweise andere Menschen, die es füttern, die sich um das Kind kümmern. Also das ist der Unterschied. Zum anderen gibt es auf der Erde technologische Einrichtungen, die uns diesen Bezug zur Erde auf technische Art und Weise schneiden. Man sagt, es ist das CERN in der Schweiz, die unten so Protonen und andere Teilchen beschleunigen und dadurch verlieren die, also das ist wie so eine Kreissäge, also energetisch kann man so sagen und das gab, vor allem wahrscheinlich in Europa, weil es hier auch stationiert ist, das gab den Bezug zur Erde, unseren Kanal nach unten. Und weil uns diese Energie fehlt, müssen wir uns irgendwo auch behelfen, dass wir hin und wieder, wenn wir das spüren, dass hier dieser Mangel vorhanden ist und dass wir uns der Erde wieder intensiver anschließen wollen, dass wir über Positionen wie zum Beispiel die Kobra uns auf die Tiere konzentrieren, die einen sehr starken Bezug haben, also Reptilienwesen und Schlangen. Natürlich können hier jetzt die Verfechter von bestimmten, wie soll ich sagen, Verschwörungstheorien sagen, ja die Reptilien sind irgendwo uns nicht so gut gesinnt und alles andere, aber das ist hier ein bisschen ein anderer Hintergrund, der hier mit einer Rolle spielt. Denn Reptilien, sage ich mal Schlangen, Krokodilen, Dinosaurien hat die Erde gehört für viele, viele Millionen von Jahren und das heißt in der Theorie nach, dass bestimmte Rassen auf die Erde gekommen sind und einfach diese Lebewesen hier ausgelöscht haben, um sich hier bereit zu machen, okay. Und diese Tiere, diese alten Tiere und Reptilien haben ein sehr großes Energiepotenzial hier auf der Erde einfach hinterlassen für uns, auch wenn sie hier jetzt nicht mehr leben, ist die Energie trotzdem noch sehr, sehr stark. Und wenn wir uns über Körperpositionen diesen Energien anschließen, bekommen wir von hier zusätzliche Energie, die aber auch unsere Überlebensenergie nährt, weil es ist sehr, sehr wichtig für euch alle, für euch alle zu verstehen, es gibt Völker auf der Erde, deren Überlebensenergie ist sehr, sehr viel stärker, die haben über die Muladhara Chakra einen sehr guten Anschluss zur Erde. Da sind diese Völker, die sich jetzt auf der Erde, die jetzt auf der Erde expandieren, die einfach wachsen und größer werden an der Bevölkerungszahl. Dann gibt es Völker, die jetzt in Europa, Russland und im nördlichen Teil von Amerika leben, die haben gar keinen Bezug zur Erde, deshalb auch gar keine Überlebensenergie, deshalb schwinden sie an Bevölkerungszahlen dramatisch. Und das ist eben eines der Hintergründe, warum das so ist. Weil sie ihre Überlebensenergie verloren haben, weil sie sich schlechter und weniger fortpflanzen wie die anderen, weil die weniger aggressiv sind, weil sie sich mehr gefallen lassen und weil die nicht mehr ihren Standpunkt und ihr Leben so verteidigen können, wie andere Völker auf dieser Erde sozusagen. Und ihr wisst bestimmt alle, wovon ich spreche. Zum anderen fehlt uns auch die Energie von oben herab. Also diese Energien werden auch gekappt durch technische Systeme, zum Beispiel wie das Harpsystem, vielleicht durch die ganzen Handysachen und andere Schwingungen, die um uns herum schwirren. So fehlt uns unser geistiges Potenzial. Zum einen, weil wir zu wenig beten, zu wenig praktizieren. Ich meine jetzt nicht uns hier, sondern allgemein unsere Bevölkerung, in der wir leben. Uns fehlt das geistige Potenzial und uns fehlt das energetische Potenzial von unten, von der Erde. Und deshalb haben wir es sehr, sehr schwierig, uns hier zu etablieren sozusagen und uns hier zu realisieren. Das sind aber bestimmte kleine Volksgruppen auf der Erde, wie man betrachtet. Anderen geht es viel besser, weil auf die nicht so eingewirkt wird sozusagen, weil die ihr eigenes stärkeres Energie- oder geistiges Potenzial haben, weil die noch ihre Priester und Schamanen und Leute haben, die mit diesen Energien arbeiten, die sehr gute Anschlüsse nach oben haben. Also im Durchschnitt, sage ich mal so, die ihren Urglauben oder ihre Ur-Lebensweise und Weltanschauung noch nicht verloren, noch nicht aufgegeben haben. Und uns hat man leider Gottes das Christentum angehängt. Und über das Christentum hat man uns bestimmte natürlichen Sachen gekappt oder uns davon, wie soll ich sagen, abgeschnitten von unserem Ursprung, von unseren Wurzeln sozusagen. Aber das Christentum müsste nicht mit dem Jesus gleichsetzen, weil Jesus war ein tatsächlich heiliger Mensch, der diese Anschlüsse auch hatte, nach oben zur Sonne und nach unten zur Erde. Bloß hat man irgendwie aus ihm dann ein Bild gemacht und eine Religion gemacht, die von anderen Menschen aufgebaut wurde und verbreitet wurde, speziell um diese Ziele und Zwecke auch zu verfolgen, um bestimmte Volksgruppen und Nationen auf dieser Erde zu dezimieren. Weil wenn man das so betrachtet, den Verlauf der Geschichte, dann waren sehr viele, sozusagen ging es uns vor dem Christentum sehr viel besser, wenn man die Geschichte betrachtet und die Mythologie betrachtet, als wir jetzt nach 5000 Jahren, ihr seht ja alle, was mit uns passiert. Okay, aber das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, was mit dem Joga nur am Rande was zu tun hat. Auf alle Fälle solltet ihr alles auch kritisch betrachten, was euch Menschen und Leute erzählen. Auch was ich euch erzähle, müsst ihr auch kritisch betrachten und selber nachgucken, ob das tatsächlich so ist, ob das nachprüfbar ist oder auch nicht. Ich irre mich ja auch in verschiedenen Sachen hin und wieder mal, sage ich so. Und ich bin auch in einer Entwicklungsphase, wo ich bestimmte neue Ansichten gewinne mit der Zeit und bestimmte alte Absichten dann zurücklege mit der Zeit. Okay, aber das ist verständlich für euch, warum man diese Position auch noch nutzen kann. Also, dass man sich, es sind ja auch, in der Kampfsport gibt es ja in Asien diese Tigerstiel oder Kranichstiel oder Eidechse, was weiß ich was. Die haben ja sich dadurch auch meditativ in dieses Tier hineinversetzt und übermenschliche Kräfte dadurch auch bekommen. Also, das hat man auch so mit diesem Hintergrund genutzt. Heutzutage ist dieses Wissen vielleicht irgendwo verloren gegangen und dieser Bezug verloren gegangen und man sagt es, ja, man hat einen Vogel angeschaut oder ein Tier angeschaut, jetzt macht man es selber, ohne sich in dieses Tier wirklich und tatsächlich meditativ hineinzuversetzen. Hin und wieder kann man das auch im Yoga nutzen. Und dieser Theorie nach, die ich gehört habe, sind speziell viele Asanas so erschaffen worden, um besser in diesen, wie soll ich sagen, in dieses Sinnbild oder in diese Energie eines Tieres sich hineinzuversetzen. Okay? Gut, hier dazu Frage. Weil deshalb gehe ich auf ein anderes, sehr wichtiges Thema auch darauf ein. Es wird jetzt weniger das Yoga betreffen, sondern mehr die Esoterik und Parapsychologie, ein bisschen was davon habe ich ja schon erzählt, gerade. Ach so, die Reihenfolge der Asanas. Genau, genau. Das, was nacheinander kommt, das ist auch... Es gibt keine bestimmte Reihenfolge, wie die Asanas aufgebaut werden. Wenn ihr für euch eine Yoga-Stunde selbst zusammenstellt, sollte am Anfang logischerweise eher leichtere Positionen oder Asanas verwendet werden. Es gibt so einen groben Anhaltspunkt, es gibt Asanas im Stehen, zum Beispiel Baum, Natarajasana, dann gibt es die Garuda Asana, also diese Adler, wo man die Beine ineinander wickelt. Und bestimmte andere Positionen, die das Gleichgewicht aufbauen, wo man auf einem Bein balanciert. Also Positionen im Stehen, das ist der eine sozusagen Einbezug. Dann gibt es Positionen so in einem Halbstamm. Das sind so Parsvakon-Asanas, die ganzen Virabhadrasana, also diese Kriegerpose, wo man so einen großen Ausfallschritt hat, so nach links, nach rechts dreht, die Arme auseinander hat. Das ist so der andere große Block. Dann gibt es Asanas auf dem Bauch. Und ich muss ja auch noch ansprechen, dass diese Bauch-Asanas für die Schultern, Lebelle, sozusagen die anderen, wo man sich rausdreht, heißt es Vastik-Asanas, aber ich nenne den Namen speziell nicht, weil der Erfinder, der aus der Ukraine stammt, der Andrei Lapa, der Erfinder vom Universal-Yoga, er hat ja diesen Begriff, Vastik-Asani aus der indischen Tradition und aus diesen widischen Hintergründen herausgebildet, weil der Körper dann tatsächlich in so eine, wie sage ich, kreuzähnliche Form hineingebracht wird. Aber leider hat er in den USA mit einer jüdischen Gemeinde Probleme bekommen, wegen diesem Namen, weil er das irgendwie auch in einer Yoga-Zeitschrift auch so benannt hat, also dem Namen nach. Es gibt diese ganze Schulterposition, da gibt es Vastik-Asana 2 und Vastik-Asana 1. Gut, also diese sind die ganzen Positionen auf dem Bauch. Also dann auch die Cobra und andere Sachen, Makar-Asana, wo wir gestern durchgenommen haben beim anderen Sonnengruß, wo wir auf dem Bauch liegen, Brustkorb nach oben und die Hände so raus nach vorn. Es ist auch so eine Durchbiegung im Rücken. Okay, das ist der Block der Asanas auf dem Bauch. Und dann gibt es den Block der Asanas im Sitzen, das sind die ganzen nach vorne beugen, so Janushar-Sasana, andere Sachen, also diese Matsyendra-Asana, wo man im Sitzen einfach sich zu allen Seiten dreht, die Beine dann wechselt. Dann gibt es sehr, sehr, sehr verschiedene Posen im Sitzen. Und je nachdem, ich mache das so für mich, oder ich baue die Stunde so auf, wenn man sich gut fühlt und viel Kraft hat, macht man viel Asanas im Stehen. Wenn man weniger Kraft hat oder wenn man mehr in die Entspannung reingehen möchte, macht man mehr Asanas auf dem Bauch und mehr Asanas im Sitzen. Das spart einfach Energie. Und weil man am Anfang mehr Kraft hat wie zum Ende der Stunde, macht man am Anfang eher schwierig. Also, so einen Verlauf kann man aufzeichnen. Das ist die Aufwärmphase am Anfang. Dann gibt es irgendwo einen Mittelpunkt, also Aufwärmphase, leichte Positionen, im Stehen auch diese ganzen Gleichgewichts-Asanas, die wir angesprochen haben. Und dann die ganzen Kraft-Asanas im Halbstehen, im Auswahlschritt. Also, das ist so der Mittelteil. Und dann geht man langsam, langsam nach unten. Dann macht man hier einen Block auf dem Bauch und zum Schluss einen Block im Sitzen. Das ist nur so, weil ich das so gelernt habe. Man kann das aber variieren. Man kann den Block im Sitzen am Anfang einbauen oder den Block mit den sitzenden Positionen in der Mitte einbauen. Okay, das ist für euch variabel. Aber ihr müsst bedenken, dass irgendwo diese Blocks existieren und von einer, von dieser Asana gleich zu diesem zu wechseln, ist ungünstig. Und dass man von dieser Asana dann den Schmetterling macht und dann wieder zurückkehrt, den Sitzen, das ist ungünstig, weil man wechselt viel zu viel die Körperpositionen. Also, wenn man so einen Fluss aufbaut für sich, man schafft oder, es ist ja bei uns so wie im Freistil. Man denkt sich die nächste Asana aus, irgendwo hat man aber schon eine Struktur im Kopf, die sich mit den Jahren und Monaten aufbaut. Und dann weiß man, aus welcher Position ich leichter in die und die Position übergehen kann. Zum Beispiel, ich habe die Position 1 und dann gibt es, sagen wir mal, ungerade Zahl. 1, 3, 5, 7, da kann ich von der 1 leicht übergehen, aber 2, 4, das sind unterschiedliche Asanas dann oder Namen. Und in diese kann ich schwer übergehen. Und wenn ich zum Beispiel in der Position 1 bin, gehe ich in eine von diesen Positionen über. Weil in diese ist es ungünstig. Ich muss entweder zu viel den Körper bewegen oder ich muss aufstehen oder mich hinlegen. Und das kostet extra Bewegung, das ist sozusagen, ja nicht belassen, das sind unnötige Sachen, weil ein großer Meister, der Siddharth Gendry, hat gesagt, der ganze Asana-Komplex ist wie ein Aufsatz. Im Aufsatz gibt es Absätze. Und grob gesagt kann man sagen, das sind die Absätze in einem Aufsatz. Blöcke. Oder Blöcke, genau. Das sind die. Dann gibt es einen Satz, also der Absatz besteht aus Sätzen. Und in einem Satz habe ich vielleicht vier Asanas. Auf der linken Seite, das ist ein Satz und vier Asanas für die rechte Seite. Das ist der zweite Satz. Und jeder Satz besteht aus einem, aus Wörtern. Und die einzelnen Wörter sind eben die Asanas. Nicht dann, ich habe die Bälle, dann habe ich die Swastikasana 1, dann habe ich den Bogen, und dann habe ich 1, 2, 3 verschiedene Asanas. Das sind die einzelnen Wörter. Und so setzt man, wie ein Aufsatz, sich die Yogastunde zusammen. Okay, das ist die grobe Aufteilung, aber das sind, wie in anderen Systemen, vielleicht so ein Bausteinprinzip. Aber nicht das, wie diese Umkehrposition, das erst vorne die Energie und dann hinten Energie. Man kann das auch einbauen. Wenn man jetzt intensiv mit Energien arbeiten möchte, also ich war bei seinem Seminar dabei, der hat uns 3 Stunden nur gequält, kann ich fast so sagen. Und wir haben ein paar Positionen gemacht, und dann eine Rolle, Rückwärtsrolle. Rausgesetzt, wieder ein paar Positionen gemacht, wieder Rückwärtsrolle. Und Rollen sind vom Energieantrieb, also noch intensiver, wie nur ein normaler Kopfüberstand. Weil der Mensch besteht ja aus 70% aus Wasser. Und man kann sich das ungefähr, grob gesagt, so vorstellen, dass irgendwie so ein, naja, ist schlechter gesagt, so ein Sack mit Wasser, den man ständig so dreht. Und die ganze Energie, das Blut und alles im Körper, das dreht und schüttet sich, und trüttet sich sozusagen. Und dann hat man zum Schluss so einen bestimmten Bewusstseinszustand, wo man wirklich seine Realität etwas anders wahrnimmt, als davor. Und das war wirklich kompliziert damals, aber wie gesagt, man kann das mittendrin einbauen. So als, es gibt dann Asanas, die kommen immer wieder vor, so die Übergangspositionen, wie der Hund mit dem Gesicht nach unten. Oder Katze, das sind gute Übergangspositionen, die symmetrisch sind, wo man auf allen Vieren steht, und von hier kann ich aufstehen, von hier kann ich mich hinlegen, von hier kann ich ein oder das andere Bein bewegen, oder dementsprechend die andere Sachen. Man kann natürlich auch statt dem Hund so eine Rückwärtsrolle oder eine Kopfüberasana immer zum, wir haben das gesagt, zum Block oder zum Absatzende kann ich immer einbauen. Okay, so bekommt eure Stunde eine bestimmte Struktur. Und wenn ich dann am einen Tag habe ich den Hund mit dem Gesicht nach unten hier als Zwischenposition eingebaut und am anderen Tag habe ich für die Katze oder Marjorie Asana habe ich hier eingebaut als Übergangsposition. Und so habe ich wie so ein Thema oder roter Faden, der sich durch die Stunde hindurchzieht. Also diese Sachen sind vor allem für Yoga-Lehrer, die wir unterrichten, sehr aktuell, wie man dann individuell die Stunde aufbaut. Und so einen roten Faden, den kriegt man auch nach und nach heraus und sagt zum Beispiel für sich, das Thema ist heute ein Anstand, wie das heute früh war. Und das Thema ist heute, dass wir die Beine ordentlich dehnen, dass man mir solche Asanas einbaut. Oder das Thema ist heute Hüftgelenke, dass man viel hüftgelenköffnende Übungen einbaut. Okay, und das kann sich dann, wie gesagt, wie dieser rote Faden durch die ganze Stunde ziehen.